Frau Inspektor, wir sind im Paradies eingesperrt. Nein, das ist kein Witz! Wir sind wirklich im Paradies! Hast du Kondome? Hä? Äh, Kondome! Diese Chance dürfen wir uns doch nicht entgehen lassen. Äh, von was für einer Chance reden Sie da? Präservative. Äh, ich sag's dir gleich, ich mach's nicht ohne. Kannst du dich einfach ficken sagen? Sie verstehen also, dass es mich etwas überrascht. Finden Sie nicht das Alter danach riechen? Nach Mottenkugeln? Und weißt du mein Geheimnis? Äh, nein, äh, liebe... Ich nehme zwei übereinander. Jetzt küssen wir uns richtig. Was? Ja, immerhin hast du mich noch nicht nackt gesehen. Wie, nee. Also, ich hätte es keine Woche ausgehalten in deinem Alter. Wie, nee. Wie, nee. Wie, nee. Wie, nee. den Hubschrauber machen? Nein, ich will nicht mit Ihnen den Hubschrauber machen! Mit überhaupt niemandem!